Mein Name ist Tina Lehner. Ich bin hier zehn Jahre bereits tätig. Ich bin die leitende Diätassistentin. Unser Team besteht aus drei Personen. Wir begleiten unsere Patienten bei der Ernährungsumstellung. Natürlich begleiten wir die Patienten auch bei Übergewicht, Diabetes, auch natürlich so Klassiker wie bei Cholesterinerhöhungen oder Harnsäureerhöhungen. Wir machen es zwar theoretisch, aber wir haben auch einen praktischen Teil wie zum Beispiel das Einkaufstraining oder die Lehrküche. Mir gefällt in unserem Haus ganz gut, dass jeden Tag immer etwas Neues ist. Es ist uns nie langweilig und das gefällt uns natürlich sehr gut.